Es stimmt zwar, dass durch Putins Überfall auf die Ukraine die westliche Welt neu zusammengerückt ist, aber ganz so unverbrüchlich ist die Geschlossenheit ja dann doch auch nicht. Bei der Europäischen Union ist es vor allem Ungarn, das ausschert. Kein Ölembargo gegen Russland, keine Waffen für die Ukraine. Bei der NATO ist es die Türkei. Wobei sich sowohl bei Viktor Orban als auch bei Erdogan nicht so genau sagen lässt, ob es ihnen dabei nicht in erster Linie darum geht, für sich selbst etwas herauszuhandeln. Während Orban noch hochpokert, klang der türkische Präsident heute schon etwas konzilianter. Er werde Finnland und Schweden die Tür zur NATO nicht verschließen. Verhandeln möchte er aber schon. Florian Neuhann berichtet. Derweil kann die Ukraine militärische Erfolge vermelden. Den Kampf um Kharkiv, die zweitgrößte Stadt des Landes, scheint sie vorerst gewonnen zu haben. Die russische Armee hat sich aus der Stadtregion zurückgezogen. Und wie schon an anderen Orten, die die Russen aufgegeben haben, erzählen die Bewohner in den befreiten Dörfern und Vororten nun, was ihnen während der Besatzung angetan wurde. Katrin Eigendorf ist für uns in die Region gefahren. Und wir blicken in die USA. Als Donald Trump während seiner Amtszeit wichtige Richterposten am Supreme Court nach seinem Gusto besetzte, ahnte man, was da noch kommen würde, auch nach seiner Amtszeit. Auswahlkriterium schien für die Republikaner vor allem die Haltung der Richterkandidaten zum Abtreibungsrecht zu sein. Ein Thema, das in den USA immer wieder geeignet ist für einen erbitterten Kulturkampf. Darum geht es jenen, die die Debatte jetzt neu losgetreten haben, wohl letztlich auch um Ideologie, um Polarisierung, um Wahlkampf. Elmar Thewesen berichtete aus den USA. Zu den Debatten in den USA finden Sie bei uns online mehr Hintergründe und Videos auf ZDF heute. Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf. Die berühmten Passionsspiele von Oberammergau gehen ja auf die Zeit der Pest zurück. Mit dem frommen Spiel wollte man den lieben Gott gnädig stimmen, sie zu verschonen. Nun mussten die Oberammergauer ihre Festspiele wegen der Pandemie zweimal verschieben. Wohl wissend, dass alle Frömmigkeit gegen ein Virus leider nicht hilft. Heute war es aber endlich wieder soweit. Große Premiere in Oberammergau, zwölf Jahre nach der letzten Aufführung. Und angesichts von Krieg und Leid mit ungewollter Aktualität. Barbara Luke berichtet. Das war's mit uns, es folgt das aktuelle Sportstudio. Und danach so gegen 0.15 Uhr gibt es die nächste heute Express. Bis morgen, Wiedersehen. Wiedersehen. Das war's mit uns, es folgt dasillos broomstick zu bottom. Bis morgen, bis morgen, pictured. Bis morgen. Bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020